Musik Das Unternehmen Cracker International in Oberaich, direkt an der Bruckerstraße gelegen, befasst sich mit dem Verkauf von Werkzeugen, Maschinen, Werkstatteinrichtungen. 80.000 Artikel, ca. 650 verschiedene Zulieferfirmen garantieren eine große Produktpalette, im Groß- sowie auch im Detailhandel. Cracker International ist eine Firma, die für Garten, Haushalt und auch fürs Gewerbe zuständig ist. International deswegen, weil unser Produktsortiment sehr groß gefächert ist. Wir beschäftigen hier auf diesem Standort 15 Mitarbeiter, wobei drei Mitarbeiter im Außendienst sind und die umliegenden Firmen besuchen. Und warum Cracker International? International ergibt sich daher, dass wir durch unsere Internetplattform natürlich weltweit präsent sind. Wir haben schon bis Südafrika geliefert. Die Firmen finden uns und wie im Schnitt geht eine Lieferung ins benachbarte Ausland pro Tag. Bei Cracker kauft man also nicht nur online, sondern langjährige Mitarbeiter beraten sie auch bestens im Detailverkauf. Ich bin zuständig für den Verkauf von Maschinen, Werkzeuge, Schrauben, speziell für Maschinen von Bosch, Makita, Gewalt, Fein, Steel. Meine langjährige Erfahrung kommt natürlich den Kunden zugute. Ich bin jetzt bei der Firma Cracker schon 27 Jahre im Geschäft. Insgesamt bin ich das 42. Jahr im Verkauf tätig. Ich bin zuständig für den Bereich Schweißtechnik, Befestigungstechnik und wir versuchen selbstverständlich für den Kunden das Richtige zu finden, zu treffen und vor allem anzubieten mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Was viele vielleicht nicht wissen, Cracker hat den Erzherzog Johannpreis 2000 erhalten. Anlässlich des Wettbewerbs Frauen- und familienfreundlichste Betriebe Steiermarks. Bei uns beim Cracker International ist es wirklich toll zum Arbeiten, sehr angenehm und alle Mitarbeiter, wir haben ein super Arbeitsklima, richtig toll. Auch der Sport steht hoch im Kurs bei Cracker International, denn am 6. Mai kam Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl anlässlich der Wiederwahl zur Sportlerin des Jahres Steiermark zu einer Autogrammstunde. Wo sie vom Bürgermeister der Marktgemeinde Oberaich, Gerhard Weber und Susanne Kaltenegger, Obfrau des Tourismusverbandes, willkommen geheißen wurde. Firmenchef Arnulf Cracker überreichte eine Bohrmaschine, Görgl-Ethischen von Bosch, die es auch um 59 Euro zu kaufen gab. Es gefreut mich, dass in der Steiermark so viele Skibegeisterte sind, speziell da in Oberaich, in einer kleinen Nähe von Karpfenberg, wo ich hier aufgewachsen bin. Und ich freue mich, dass ich da bin und allen Leuten da Freude machen kann. Ich glaube, die Firma Cracker International gehört zu den Herzeigeunternehmen in der Marktgemeinde Oberaich. Sie ist ja nur in unserem Gewerbegebiet Verbruck nach Oberaich gesiedelt und hat sich in diesen letzten Jahren wirklich zu einer der größten Lieferanten für unsere Industrie entwickelt. Ich glaube, man kann stolz sein, wenn man eine Firma wie Cracker hier in seiner Gemeinde hat.